Joe, wo bist du? Wenn du das hörst, ich brauch deine Hilfe. Hier geht's wirklich um alles und ich muss dich sofort treffen. Hörst du, wenn dir unsere Freundschaft irgendwann mal was wert war, trifft mich so schnell es geht im Bottom-Up-Club am Battery-Park. War hier vorhin ein Mid-30er, dunkle Haare, vielleicht ein Bart. Haben Sie den gesehen? Frank war ein Beamter, ein Schreibtischtäter. Wer sollte ihm etwas wollen? Genau darum geht es. Was denkst du hier einfach aufzutauschen? Da schwindet, bevor ich mich vergesse und dich irgendwo runterschmeiße. Ich will Ihren Hintern nicht auch nur in der Nähe dieses Falls sehen. Capisce? Gut, Gott. Meine Konzerne versuchen schon längst über die Börsen eine feindliche Übernahme von Eckbart. Aber wir haben bis jetzt Standgeheim. Verzeihen Sie, aber ich komme gerade nicht ganz mit. Also Frank soll denen Informationen verkauft haben. Es waren vor allem Marktforschungsdaten, soweit die interne Forensik besser feststellen konnte. Frank Heberman war uns gegenüber unaufhängig. Ach schon, schon. Du bist nicht die Heilsarmee. Warst du? Das war ein Unfall. Klar! Cover-Taxis fallen nicht vom Himmel in Bars, die möglicherweise Tatorte von Verbrechen waren. Sowas passiert nicht einfach so. Aufwachen, Notfallprotokoll ausführen. Sally! Sally! Hör doch, komm auf! Joseph Forbes? Ja? Wir verhaften Sie wegen des Mordes an Frank Heberman. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie jetzt sagen kann und wird vom Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ein weiterer Tag im Paradies. Am Abgrund von Falk T. Puschmann. Einem Mini-Hörspiel-Podcast-Serie von Studio Weltbrecher. Überall, wo es Podcasts gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017